Willkommen zu einer Mini-News-Ausgabe. Was ist eigentlich mit Lüge 4? Ich habe es angekündigt schon im Dezember und es wird demnächst kommen. Nächsten Monat kommt der Trailer, was ihr gerade im Hintergrund seht, ist der alte Trailer und die einzigsten Aufnahmen von der aktuellen Lüge-Map, die wir bisher gesehen haben. Die Map hat sich aber ganz schön geändert, die sieht mittlerweile ganz anders aus, als die hier im Trailer ist. Die Hauptprinzipien sind geblieben, auch mit diesen Pyramiden, aber die wurden noch deutlich erweitert. Es gibt viele andere Sachen und ich gebe euch auch direkt die erste Regel mit, die neu sein wird. Man wird nämlich ein Bonusleben haben. Das gilt nicht, wenn man durch einen Spieler stirbt, sondern falls man Fallschaden stirbt, dann hat man eine Chance noch, kann direkt weitermachen, kriegt seine Sachen natürlich nicht wieder, die sind dann da, wo er gestorben ist, aber man hat ein Bonusleben, falls man irgendwie durch irgendwas Blödes stirbt, weil man kann sich auch viel anschauen auf der Map, deswegen ist es auch dafür, ja, Trailer kommt nächsten Monat und dann geht's los.